ein herzliches hallo und willkommen zurück zu conan exiles wieder mit dabei der tramp und der schmitz da und er einfach rein redet ich box dich rinde ist rechts 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 rinde habe ich irgendwo reingelegt die wort geklaut ich brauche jetzt 15 ast warte warte was du brauchst 15 erst erstmals bei ein herstellen drei kohle städte das nicht her nein oder sag bloß man braucht ein leibeigenen um ein eisenschwert herzustellen warum du brauchst ein leibeigenen dafür ich stehe hier und du so also das geht sonst nicht ich habe die materialien reingelegt das ging nicht dann müssen wir jetzt den hammer her da ist irgendwer empfangen dann müssen wir den hammer herstellen ich meine ich meine das war ich da einfach mal die steinkeule ja ich glaube das war sogar die und nicht der hammer weil der hammer ist ja eine waffe direkt und steinkeule ist irgendwie höhen menschlich intelligenter an fünf ja das ist die steinkeule richtig steinkeule und seil irgendwas kannst du mir da eins herstellen steinkeule ja natürlich doch felix ich kann auch eine machen soll ich machen ja ja okay dann mach du eine da brauchen wir seil nicht talente doch talente album zettel achso ja noch ein pfeil cool dann kannst du einen abseilen lassen ok lassen wir das zimmermann ne falsch ich würde jetzt gern wenn wir jetzt nicht auf youtube werden von militärern workabees einspielen aber können wir nicht geht nicht wie wärs mit fesseln was hast du fesseln 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 brauchst du auch ich kann mir fesseln machen und ich glaube die sind haben sich ich glaube ich glaube die ist wenn du die sind dafür da wenn du dann hier eine freundin hast in game was nein ein geflochenes seil das stark genug ist um einen gefangenen über kurze strecken zu erschleifen ich suchs gerade kriegst du unter dem gleichen also wenn du so nicht erlernt hast kriegst du es unter dem gleichen tap wie bleib eigener gefangener fänger was auch immer was 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 scharmützler hiffner heffmacher schaftmacher was ist das alles sprengsätze eine gasfalle eine explosion dämonenfeuersalve alter was was ist los dann lernen wir doch mal das geil wir können goldmünzen machen ich finde das ich finde das seil nicht ne wir machen ein eigenes wirtschaftssystem auf wie wärs hast du schon leib eigener als äh wissentalent leib eigener empfänger meinst du ja ne den knüppel brauchen wir kann ich das wieder kann ich das nicht was kackmesser also steinkeule ist falsch ja ja ich mache ich mache die anderen wenn ich das kann ich mache ich mache drei mal ne damit kann ich leder leder brauchen wir jeder habe ich noch dabei im inventar wie viel fünf zehn 15 15 15 15 ich habe eine steinkeule und die lasse ich jetzt fallen gucken hat schon passt schon eine attribute erweitert so ich sollte vielleicht mal so jetzt geht es auch legendäre fleischer ein hackmesser ja okay ein meister schmied geil aus ich nenne ich warte noch auf das leder faser faser fessel genau achso drei brauchen wir aber noch wo ist denn das leder welcher rechts rechts hast du mir ein paar rinde besorgt ganz rechts ist nichts doch das holz achso tierhaut drin ja tierhaut das brauchen wir noch ne ich meine das ist leder leder ja das haben wir noch nicht das bin ich gerade dabei deswegen brauche ich noch achso 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 okay ähm ah ja genau das war ja mit rinde ein bisschen rinde äh rinde 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 ich habe keine rinde ich habe ja gesagt du willst nur ne ich brauche rinde ja aber ich kriege da keine rinde raus äh muss das ding mit äh spitzhacki drauf fahren ah ja genau spitzhacki mit dem ding raus und das andere mit dem ding raus jetzt müsste es passen ja jetzt passt es äh dann brauche ich dann stelle ich stein mal fesseln her für alle eine fessel für alle fesseln für alle oh jetzt habe ich nicht so viel hergestellt ich habe ihn sowieso einmal single use kaputt warum kann ich fesseln für alle und alle fessel für alle achso ne doch okay ich geh raus ich geh wieder ab ja geh du geh du und hol rinde tu ditte wo ist baum da ist baum äh messe ich mich ähm warte mal es gibt auto schließen das kann man deaktivieren von den türen ich aktiviere das mal ah ich hab rinde ich hab rinde das ist ja voll lustig oh ich hab getrunken ok ah die seile haben haltbarkeit ja genau hab ich mir gedacht ich pack eure beiden rechts ganz rechts in die truhe du autotür schließen weißt das wenn ich jetzt hier durchgehe ob die das dann irgendwo zu ja nicht autotür sondern äh tür automatisch schließen also ich hab's immer offen gelassen ich ich also ich hab's aktiviert wieder ich wieder bei der S-klasse wo die äh achso ja klar klar doch 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 ja ja doch frühsport hm sind wir noch offen genau hier ist mal ein paar Insektien ich bin hier mit dabei hallo hallo ich hab zwei rinde reicht das ja das reicht nicht der Horst soll mal mitkommen ey Horst kann nicht mit Horst ist voll oh die Tür ging zu ein paar Meter es geht um fünf Meter hey ich lauf ja fünf Meter äh da war irgendwas großes grad im Himmel und ich hab nicht Hilfe naja für mich nicht viel gebracht da war nix drin bei mir war was drin ah ja ich hab jetzt wie im Überraschungsei ich hab 13 Rinde ich hab ich hab ganze zwei das reicht glaub auch nicht lass mal da runter gehen da haben wir noch so ein paar Bäume auf der linken Seite warum wird's jetzt ich glaub da kommt wieder ein Sandsturm ich wollt grad sagen irgendwas kommt hier grad weil ich seh grad im Schatten die ganze Zeit ich glaub ich glaub ich werd mal bei mir in der nächsten Folge wenn ich dran denke die Grafik höher stellen da geht noch was da sind da bist du sicher ja ja klar da geht nun alter ist es dunkel Willi komm doch endlich rein blamarsch ja sorry ich muss meine Kamera hoch stellen ja toll es wird hier zugemacht und ich bin draußen was willst denn du jetzt schon wieder komm rein du ja komm mir meine Freunde immer das machen was man nicht sagt immer dauert der so lange warum nein ich will Holz fällen ich will ein Karohemd und einen Vollbart wow da kommt was riesiges alt guck mal was dann bleib da draußen wenn du da Lust drauf hast wo kommt was riesiges ich seh nix das ist ein Problem oh da kommt was riesiges das ist riesig oh Gott es hat es hat Arm und Beine oh jetzt ist er da oh damn it damn it damn it damn it damn it äh steuerung key mach die scheiß Tür auf feuerung key nein warum falle ich denn hier runter ich verliere ganz viel Leben hallo wir haben gesagt da kommst du dann schon ja aber ich wollte es gucken man verliert auf jeden Fall mehr als damals ja jetzt äh du bist selber schuld du machst immer das was ja hallo ich bin der Held der Geschichte ja ja man merkt einfach dass du noch nicht so viel Lebenserfahrung hast hm klatsch dich falsche Person klatsch dich du stehst auf meinem Gebilde ja auf meinem das ist schön warm ja ha was willst du dich mit dem Anding treffst mich nicht treffst mich nicht treffst mich nicht gleich geht glaub ich die Schmied kaputt was bei dir richtig weh tut warte ich mach das hier ähm der hält aber ganz schön lang an der Sandstorm der ist weg ich achso ich hab vier Rinde da unten reingelegt und eure Seile ne rechts denkt dann ach du scheiße sieht das zick aus guck mal schnell aus dem Fenster raus der zieht sich grad zusammen ich bin gleich da der ist aber der ist aber der ist aber schon wieder kleiner das sieht dann geil aus wenn die das sieht voll geil aus wenn die Sonne wieder kommt durch die Wolken die Sonne kommt grad durch die Wolken Alter wie nice ist das denn äh ich schreib den Entwicklern echt mal ein Lob noch einfach das Prinzip hab ich noch nie gemacht alter so 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 also Wetteranimation kann man machen ah dann geht noch ja naja dann geht noch ja kannst du mir mal die äh aktu ach ne hat sie ja noch nicht fertig die ähm ich brauch noch ja das Leder das Leder du bist überlastet nein bin ich nicht das war ein Spielfehler irgendwie ich weiß gar nicht wie man die Finsternis heilt oh da ist ein Krokodil ich hau ab ein Krokodil Krokodil ich brauche noch wie viel äh ungefähr 12 15 Krokodil reiten Krokodil reiten komm her gib mir noch 12 dann bin ich warum hab ich es eigentlich geschafft ok ne das ist hat keinen Zweck mehr das ist schwieriger geworden das ist schwieriger geworden Krokodil Krokodil hallo ich will ganz rein ruhen das will uns das will uns ja dann müssen wir das aufhalten oh dammit geil äh Rüstung vielleicht kann ich uns ein paar Rüstungen machen das hatten wir gleich das müssen wir auf jeden Fall essen das will ich essen ne das müssen wir auf jeden Fall essen du kannst mir die äh du kannst das Leder davon rausziehen und mir dann geben und dann kann ich da raus einen Kopf beschaffen habe ich gemacht das ist irgendwie ein bisschen warmer banding die Treppe hier hoch vor allen Dingen wer hat wer hat wer hat Holz ins Essen gelegt das musste ins Feuer Holz ins Essen? ja wie Holz ins Essen? ja da wo das Fleisch und sowas liegt weil du das da reinlegen musst das ist das das ist ja der ja nicht da oben in das Ding selber rein ne 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 der zieht es von unten echt? ja ja oben ist nur einer ok das ist ja lustig wie kann man das Holz nochmal aufteilen äh links liegt drauf und dann hast du unten so aufteilen oh dammit oder so äh das stimmt mit mir nicht Lebensmittelvergiftung hey ich hab doch gutes Fleisch gegessen ich weiß nicht das ist ja irgendwie manchmal auch so habt ihr das äh Ding getötet oh die ja ich brauche 5 Meter ich brauche 5 Meter 5 Meter in welche Richtung? in also in die Gegengesetze von letztem Mal ich habe einen Reißzahn gefunden Richtung Tempel quasi äh hier gehe ich richtig vielleicht ich habe einen Reißzahn gefunden pack den in die Truhe laufe ich richtig? ja du läufst richtig geil warte ich habe keine Rinde warum kriege ich keine Rinde? komm her weil die Rinde davon läuft was? die gerinnt die Rinde davon ist mhm 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 das Festival der besten Witze jetzt bei IG Metal Rock im Spiel Call and Exiles Jeeeeee Jeeeeee ich spiele Achtung Alligator achso das Kampfen das Kampfen ist jetzt immer von außen ok Special Attack wua 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 voll ja ich habe die Axt Essen 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 hm habe ich nichts rausbekommen nicht schon ich habe schon was oh faltes also bei mir repariert der nichts also repariert der nichts aber auch keine Animation ja doch eigentlich sollte da so ein kleines Rädchen sein achso das meinst du starte der Typ selber macht was ne ne das nicht ja so eine ganz kleine Animation wir wollen ja nicht übertreiben Ranken ich habe Ranken bekommen eine Ranke danke eine Beschreibung damit kannst du dann einwenken ja ok lassen wir das lassen wir das mit entsprechen ne Gelblotus Blüte ja ein betwörende Gelblotus ja danke spiel ich weiß was das ist du bist vom Horst des Spiels entfernt hm immer dieser Horst Horst Schlemmer Filet hm lecker ich habe genug Geritte ok ich gehe nach Hause also man muss nicht mehr schwimmen man muss nicht mehr schwimmen um sich äh äh um was zu trinken sondern man kann eh drücken am Wasser ja ja das mache ich immer aber ich muss halt ich oder kann man einfach nur so da daneben stellen ja einfach dann also kannst du wieder eh drücken oder tauchen ah ich kann auch drücken ah ok wenn ich einfach in diesem Siffwasser da in diesem weiß diesem kniehohen Wasser kannst du richtig drin stehen und eh halten oder dritten ja kannst du auch beim ja kannst du warte ist das Knie hoch hm ja guck mal man kann einfach in eine Kiste mehr Zeug reinlegen und die Ding wird einfach größer wie was wird größer guck 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 mal die ah lol krass ja kannst du einfach reinlegen dann hast du wieder mehr Platz hab ich alles oh Mist äh ihr habt das Seil noch nicht das Seil nein ich mir fehlt immer noch ja mir fehlt noch ein bisschen Rinde kleines bisschen Dankeschön das erreicht oh nein ich will nicht euer unser Fleisch mit äh Gerberei herstellen jetzt regenerieren sich meine jamben ok wie lange braucht das ach ist toll kommt schon und kippschen kippschen achso ja hat nichts mehr gebrannt basta basta ach mach ich nicht habe ich nicht Ich nehme mir das geile Fleisch, ne ich nehm es noch nicht raus, die kann ich noch mal aufteilen. Links klick einmal drauf und dann halt unten links in dem, gib mir das Essen. Ich hab mich mal grad hoch, ja den hab ich eben gefunden, man stellt mich, der Kristall. Boah, so eine lange Beschreibung für einen Reißzahn, ne. Das Ding ist ja riesig, ey. Was? Okay. Baut das vielleicht vor die Tür oder so sonst, oder unten haben wir noch unter der Treppe richtig viel Platz. Ich würde das hier instellen, weil das so. Wenn es so groß ist, dann können wir ja nicht mehr rumgehen hier. Ne, ne, so groß ist es nur noch, ne, von der Länge her. Ach so, okay. Ach, 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 die Gerberei-Dingens-Bums-Station, ja genau. Okay. Cool. Ähm, wir brauchen Rinde, goddammit. Wer ist schon wieder? Oder was? Ja. Ja, man braucht so viel. Leder, äh, Rinde plus Tierhaut gleich Leder. Auf Rinde holen, hatten wir ja lange nicht mehr. Oh, da ist das Crocodile. Crocodile. Wie viel Rinde brauchst du ungefähr? Wir haben bald alles abgeholt, alles abgeholtet hier. Ja? Na schau- ah, da hinten. Da ist hier eine Bahn. Thea, wir kriegen ein Thea raus. Lass mal eine Straße bauen, Industriestraße. Na, 80. Ach, 80 durch die Wald. Ähm. Da ist die große Industrie draußen, alles klar. Wir sind wieder in Echo. Wie viel brauchst du denn, ähm, Rinde? Äh, viel. Also, das ist wie, das ist der Verbraucher. Nee, hä? Nee, okay. Ja, äh, Rinde verbraucht sich sehr schnell. Achso, ja. Ich hab gehofft, da kommt jetzt vier. Tierhaut brauchen wir mehr. Okay, Tierhaut brauchen wir viel. Leder nicht, äh, äh, andersrum, Rinde. Lederlappen. Leder brauchen wir. Leder. Leder. Lederlappen. Okay, wo haben wir denn hier die Dinosaurier? So weit sind wir nun auch, wenn nicht. So. Ach, man kann das gleichzeitig benutzen. Auch gut. Kann man. Die Truhe. Endlich. Endlich. Weil, also ich hab's grad gesehen, dass, dass, äh, dass du was reingelegt hast. Achso, ja, ja. Ich hab's einfach mal probiert. Äh, ist gut. Finde ich gut. Finde ich eine gute Option, weil eigentlich zu zweit kann man ne Kiste auch benutzen. Sagen wir, sagen wir, äh, nach dieser Folge, also in, na Minute, mal gucken, wegen den, äh, wegen den Entfernungen. Äh, das kann man machen, ja. Können wir kurz machen. Geben wir grad noch ins Menü. Men you. ich höre einen alligator oh ich sehe einen alligator als alligator redt mir hinterher alligator on the way das hat mich zu fressen gern keine ausdauer mehr ich kann nicht mehr ich bin zu alt für diesen schals aufgewählt einen gegner verprügelt dankespiel achts gleich gleich ein zuhause schaffen habe ich immer noch nicht gemacht ich hab um zuhause ein leichtes rüstungteil und hier mit einem abhäute messer häuten aha wissen wir bescheid für die nächste folge weil da gibt es echt alles spiel ab heute dann würde ich ja sagen dass wir an einem ende eine folge sind an einem ende ja es hätte auch ein anderes ende geben können wenn zum beispiel der server abgeschmiert wäre dann wäre es ein anderes ende ich kann auch jetzt einfach gehen und stirbt ja nein nix gut nix gut nix gut nix gut nix gut na gut dann sind wir am ende einer folge wir sind alt und sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder ok 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 bis zum nächsten mal ciao tschüss bis 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 Vielen Dank.